Die Einführung einer Prozessmanagement-Software oder auch BPM-Suite genannt, ist ein strategisches Unterfangen, das erhebliche Auswirkungen auf die Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens haben kann. Angesichts der Komplexität und der Vielzahl von Stakeholdern ist eine gründliche Planung und sorgfältige Umsetzung essentiell. Das Thema, welches Tool und wie führen wir es ein, kommt nach meiner Erfahrung immer recht früh auf den Tisch. Oft, bevor man sich eigentlich überhaupt intensive Gedanken über das Prozessmanagement als solches gemacht hat. In diesem Video behandle ich die häufigsten Probleme bei dieser Einführung einer BPM-Suite und zeige Ihnen Lösungen, um diese Herausforderungen professionell zu begegnen. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder. Ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. In vielen Einführungsprojekten einer Prozessmanagement-Software gab es, als ich dazu gerufen worden bin, immer wieder ganz typische Probleme. Diese Probleme habe ich in so vielen Projekten wiederholt, dass ich mittlerweile von einem typischen Fehlermuster bei BPM-Tool-Projekten ausgehe. Und dieses Muster zu durchbrechen und Ihnen diese Fehler und Probleme zu ersparen, gehe ich auf sieben Kernprobleme in diesem Video genauer ein. Das erste große Kernproblem ist unzureichende Planung und Vorbereitung. Ein häufiges und oft unterschätztes Problem bei der Einführung einer BPM-Suite ist die unzureichende Planung im Vorfeld. Viele Unternehmen begehen den Fehler, die Wichtigkeit einer klaren Projektstrategie und einer detaillierten Roadmap zu ignorieren. Und diese Projektstrategie beginnt bereits mit der Vision und der Erwartungshaltung, die in die neue BPM-Software projiziert wird. Mit der Vision meine ich, dass es oft keine klare Idee darüber gibt, wie die neue BPM-Suite eigentlich überhaupt genutzt werden soll. Nur zur Modellierung der Prozesse oder auch zur Prozesssteuerung via Kennzahlen oder soll das Risikomanagement drin abgebildet werden oder geht es sogar in Richtung Enterprise Architecture und Datenmodellierung oder was auch immer letztendlich damit im Sinne von Modellbildung gemacht werden soll. Das muss im Vorfeld natürlich klar geklärt werden. Auch wer die Nutzer der neuen Software sein werden, muss im Vorfeld geklärt werden. Beteiligen sich Führungskräfte und Top-Management intensiv an der Nutzung, zum Beispiel für die Prozesssteuerung oder sollen nur die anderen die Software nutzen, während sich die Führungskräfte ganz traditionell den Bericht als ausgedruckte PowerPoint von der Assistenz auf den Schreibtisch legen lassen. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und bei den Erwartungen meine ich, wenn die Ansicht herrscht, dass alle prozessualen Probleme eines Unternehmens mit der Einführung einer neuen Software gelöst sind, dann kann ich sie beruhigen. Das sind sie todsicher nicht. In der Folge können Verwirrung und Chaos natürlich ungehindert das Projektgeschehen dominieren. Fehlt eine präzise Planung und zwar nicht nur bezüglich der Einführung an sich, sondern eben auch bezüglich der späteren Nutzung, hat dies nicht nur negative Auswirkungen auf den Ablauf der Implementierung, sondern mündet eben auch oft zu erheblichen Verzögerungen, Akzeptanzproblemen und Budgetüberschreitungen, die das gesamte Vorhabenprozessmanagement insgesamt gefährden. Also die Akzeptanz ist ein riesiges Thema. Um dieses Risiko auch zu entgegenzuwirken und zu minimieren, ist es aus meiner Sicht entscheidend, einen umfassenden Projektplan zu erstellen. Dieser sollte also nicht nur die einzelnen Schritte des Implementierungsprozesses festhalten, sondern eben auch klare Meilensteine und Verantwortlichkeiten definieren. Ein strukturierter Ansatz hilft eben dabei, den Überblick zu behalten und alle Beteiligten stets auf dem gleichen Stand zu halten, sowohl vom Top-Management bis auch dann zur Arbeitsebene. Und so wird auch sichergestellt, dass Aufgaben rechtzeitig erledigt werden und die Missverständnisse einfach minimiert werden. Ganz viel beruht auf Missverständnissen, weil vielleicht auch ein unterschiedliches Erfahrungsniveau da ist im Bereich des Prozessmanagements. Und darüber hinaus ist auch eine sorgfältige Analyse der bestehenden Geschäftsprozesse unerlässlich. Ja, warum jetzt schon Geschäftsprozesse analysieren? Nur durch ein tiefgehendes Verständnis dieser Abläufe können nämlich die spezifischen Anforderungen und die Bedürfnisse an die neue BPM-Suite richtig erfasst werden. Und wenn Ihnen noch kein tiefergehendes Verständnis möglich ist, weil Sie noch nichts an den Prozessen eben haben und genau deswegen soll die Software eingeführt werden, dann legen Sie Nutzungsszenarien fest. Das ist dann mein Tipp an der Stelle, wenn Sie noch keine Prozesslandkarte da haben oder es kein Altsystem gibt, wo Sie schon was gemacht haben, sondern eben grüne Wieseansatz, dann holen Sie sich Nutzungsszenarien und holen Sie vor allem auch die Selbstverblitzung des Managements ein, die Software für diese Szenarien auch entsprechend zu benutzen. In der Kombination von detaillierter Planung und umfassender Analyse legen Unternehmen nehme ich damit den Grundstein für eine erfolgreiche Einführung in der BPM-Suite. Das zweite Kernproblem ist die mangelnde Unterstützung von Führungskräften. Ich kann es nicht oft genug betonen, Führungskräfte müssen sich aktiv engagieren und mit dabei im Boot sein. Ein Projekt, das ohne die aktive Unterstützung des Engagement des oberen Managements vorangetrieben wird, ist von Anfang an in seiner Dynamik massiv eingeschränkt. Und wenn Führungskräfte nicht bereit sind, Zeit und Ressourcen für die Initiative bereitzustellen, sinkt nicht nur der Schwierigkeitsgrad in der Umsetzung, sondern auch die Motivation der Teammitglieder leidet natürlich ganz erheblich. Und im solchen Umfeld fühlen sich Mitarbeiter eben häufig nicht ausreichend unterstützt, was zum Rückgang der Akzeptanz wiederum und der Leistungsbereitschaft führen kann. Also wieder ist das Thema Akzeptanz. Es ist deswegen aus meiner Sicht von ganz entscheidender Bedeutung, dass die Führungsebene als Vorbild fungiert und den Wert des Projektes wirklich offen kommuniziert. Und eine transparente und authentische Beteiligung der Führungskräfte signifikant beeinflusst also damit das Klima innerhalb des Teams und trägt entscheidend dazu bei, dass die beteiligten Mitarbeiter die notwendige Motivation entwickeln, um ihre Aufgaben mit Engagement und Entschlossenheit wirklich zu verfolgen. Um sicherzustellen, dass die Unterstützung des Managements nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern aktiv gelebt wird, können Sie verschiedene Strategien anwenden und umsetzen. Das ist auch wieder aus meiner Erfahrung eben von verschiedenen Einflugsprojekten. Sichern Sie sich das Engagement durch regelmäßige Meetings. Und Updates sind eben darauf unerlässlich, um das Engagement des Managements wirklich zu verankern. Diese Treffen sollten eben nicht nur dazu dienen, den aktuellen Stand des Projekts zu diskutieren, sondern eben auch die Plattform muss genutzt werden, um Erfolge zu feiern und Herausforderungen auch zu thematisieren. Dass man möglichst schnell einfach auch mit den Problemen konfrontiert und sagt, da müssen wir einfach noch dran arbeiten oder da brauchen wir auch immer willig die Unterstützung mit dazu. Wer nur in seinem Projekt grüne Ampeln kommuniziert und nie sich traut, gelb oder rot anzuzeigen, macht einfach in meinen Augen einen ganz entscheidenden Fehler. Durch diese wiederkehrenden Gelegenheiten wird eben das Management auch gezwungen, kontinuierlich im Dialog mit dem Team zu treten. Und das fördert eben nicht nur das Gefühl der gegenseitigen Verantwortung, sondern eben zeigt auch auf, dass die Führungskräfte hinter den Zielen des Projektes stehen. Transparente Kommunikation ist auch noch so ein Vorschlag. Eine offene und ehrliche Kommunikationskultur ist eben das Rückgrat eines jeden erfolgreichen Projekts, insbesondere eines BPM-Einführungsprojekts. Indem regelmäßig über die Bedeutung und die Fortschritte des Projekts informiert wird, kann auch eine Atmosphäre geschaffen werden, in der eben alle Teammitglieder involviert und auch motiviert sind. Und diese Transparenz baut eben dann auch Vertrauen auf. Das ermutigt dann auch die Mitarbeiter dazu, sich aktiv einzubringen und Ideen zur Verbesserung oder Lösung von Problemen vorzuschlagen. Wenn alle Beteiligten ein klares Verständnis dafür haben, wie ihre individuellen Beiträge zum Gesamterfolg des Projektes beitragen können, erhöht es eben nicht nur die Akzeptanz des Vorhabens, sondern es steigert auch insgesamt die gesamte Teamleistung. Und damit das Thema Kommunikation nicht nur reine Theorie jetzt im Rahmen dieses Videos ist, hier nochmal ein ganz konkreter Praxistipp. Schulen Sie öffentlichkeitswirksam, das heißt so, dass es in Ihrer Firma auch jeder mitbekommt, die Führungskräfte als erste Gruppe auf die neue BPM-Software und schreiben Sie darüber Berichte für Ihr Internet, machen Sie vielleicht Videos, machen Sie kurze Interviews, wie es ankam, die Schulung und so weiter. Und das verdeutlicht dann eben wirklich jedem gut, dass man es wirklich ernst meint mit diesen Prozessdings. Insgesamt ist es also unerlässlich, dass Führungskräfte sich ihrer Rolle in ihrer Projektumsetzung bewusst sind und eben auch wirklich aktiv daran arbeiten, ein unterstützendes Umfeld auch zu schaffen. Drittes Kernproblem, unklare Anforderungen und Ziele. Ich habe es beim ersten Punkt der unklaren Planung schon mal mit angerissen, weil ich will es aber hier nochmal wirklich vertiefen, weil es einfach unfassbar wichtig ist und das ist auch aus meiner Sicht einer der essentiellen Hauptpunkte. Unklare Anforderungen und Ziele stellen häufig eine erhebliche Hürde bei der Implementierung eines Business Process Management Systems einfach dar. Sie können also nicht nur an den Implementierungsprozess verzögern, sondern auch das Risiko erhöhen, dass die BPM-Suite am Ende eben nicht den tatsächlichen Bedürfnissen und Erwartungen des Unternehmens entspricht und rundweg von allen Nutzergruppen abgelehnt wird. Ein unklarer Rahmen kann wirklich dazu führen, dass wichtige Anforderungen übersehen werden, was in der Folge ineffiziente Prozesse oder sogar Fehlentwicklungen nach sich ziehen kann. Es ist wirklich entscheidend, eine klare und präzise Grundlage zu schaffen, bevor Sie in die technische Umsetzung umgegangen werden. Schreiben Sie es auf! Um diesen häufigen Problemen entgegenzuwirken, empfehle ich auch wirklich immer verschiedene Lösungsvorschläge, die darauf abziehen, eben die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens genau zu verstehen. Das Erste sind tatsächlich miteinander Reden, also Interviews und Workshops. Kommen Sie zusammen und sprechen Sie miteinander. Eine der effektivsten Methoden ist das zur Klärung eben von Anforderungen und Zielen, sind intensive Workshops tatsächlich und Interviews mit allen relevanten Stakeholdern. Und diese interaktiven Formate ermöglichen es, wirklich unterschiedliche Perspektiven auch wirklich zu berücksichtigen und gemeinsam einen tieferen Einblick in die tatsächlichen Abläufe und Herausforderungen des Unternehmens zu gewinnen. Sie bekommen dann auch sehr schnell mit, wer von Ihren Stakeholdern brennt für das Thema, wer ist eher neutral eingestellt und wer ist eher der Bremser und möchte gar nicht den Status quo erhalten. Das können Sie nämlich dann auch entsprechend managen. In der offenen Diskussionsrunde können dann Fragen geklärt werden, Anregungen gegeben werden und spezifische Bedürfnisse auch erfasst werden. Und durch den Austausch von Ideen und Erfahrungen wird damit auch ein gemeinsames Verständnis gefördert, das ein stabiles Fundament eben für diese Projektentwicklung einfach bildet. Das Thema Dokumentation hatte ich auch schon mal mit angesprochen. Neben der aktiven Teilnahme an Workshops zielt natürlich die sorgfältige Dokumentation aller erfassten Anforderungen und Ziele eine entscheidende Rolle. Das ist wirklich unerlässlich, dass diese Dokumentation nicht nur umfassend ist, sondern auch für den Stakeholdern validiert wird. Da geht es nämlich darum, dass jeder von ihren Nutzergruppen sich da drin wiederfindet und abnicken kann und verstanden hat, dass er gehört wurde. Da ist auch sehr viel Symbolik mit dabei. Auf jeden Fall, dass Sie das ernst nehmen und auch alles, was an Sie herangetragen wird, entsprechend dokumentieren. Eine detaillierte Aufstellung gewährleistet eben, dass keine wichtigen Details übersehen werden. Der Beteiligungsprozess fördert zudem eben das Engagement des Stakeholder und führt dazu, dass alle relevanten Interessensgruppen im weiteren Verlauf des Projektes mit an Bord sind und sich keiner still und heimlich irgendwo verabschiedet. Die Dokumentation dient darüber hinaus auch als Referenzpunkt, sozusagen als Grundlinie während des gesamten Implementierungsphasen und hilft Ihnen auch dann sicherzustellen, dass das System konsistent auf die definierten Ziele ausgerichtet bleibt. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass unklare Anforderungen und Ziele zwar eine Herausforderung darstellen können, aber mit klaren Strategien und einem strukturierten Ansatz auch erfolgreich gemeistert werden können. Das ist nichts, was man nicht schaffen würde. Wer schreibt, der bleibt, ist das alte Sprichwort. Das kennen Sie bestimmt. Daher rate ich wirklich dringend dazu, die Anforderungen und Ziele an ein neues BPM-Tool zu verschriftlichen und sich die spätere Nutzung anhand von Einsatzszenarien von den entsprechenden Nutzergruppen, ja auch von den Führungskräften, schriftlich zusehren zu lassen. Insbesondere für die Einsatzszenarien Prozesssteuerung und Prozessoptimierung. Wenn Sie hier schon im Vorfeld gezuckt wird und die Führungskräfte unsicher werden, dann wird es später bei der Nutzung des neuen Tools noch viel, viel schwieriger, Sie wirklich mit Commitment ins Boot zu holen. Für das Kernproblem, auf was ich eingehen möchte, fehlen die Schulung und Akzeptanz der Benutzer. Selbst die fortschrittlichste Software kann ihre vollen Potenziale nicht entfalten, wenn die tatsächlichen Anwender nicht ausreichend geschult sind und aktiv in den Prozess eingebunden werden. Unterschätzen Sie das bitte niemals. In vielen Unternehmen ist es häufig zu beobachten, dass mangelnde Schulungen und ein unzureichendes Verständnis für die neuen Systeme zu einer signifikanten Anzahl von Fehlern führen, die dann nicht nur die Effizienz der Arbeitsabläufe beeinträchtigen, sondern auch noch zu Frustration und Unzufriedenheit bei den Nutzern hervorrufen. Die einen, die damit nicht zurechtkommen, die Nacharbeiten, die anstehen, das, was vielleicht noch andere hinten nach dann machen müssen und so weiter. Es ist nur noch Frust. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen proaktive Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter über das notwendige Wissen und die notwendige Einstellung verfügen, um die neuen Technologien, die neue BPM-Suite wirklich erfolgreich zu nutzen. Lösungsvorschläge für dieses Thema ist natürlich ganz klar. Um die Herausforderungen wirklich zu begegnen, bietet es sich also wirklich an, umfassende Schulungsprogramme zu entwickeln. Das haben meistens die Hersteller von der Software. Aber übernehmen Sie das auch. Sparen Sie nicht bitte bei den Trainingsprogrammen, die Ihnen angeboten werden. Und das sollte auch nicht nur die Softwarefunktionen als solche abbieten, sondern eben auch die Anwendungsgebiete im täglichen Betrieb mit veranschaulichen. Und solche Programme sollten auch interaktiv sein. Also am besten, dass man tatsächlich an solchen Anwendungsszenarien dann mal so die typischen Fälle der Praxis einfach mit durchspielt, damit die Benutzer es in einem praxisnahen Umfeld wirklich lernen können. Und durch gut strukturierte Trainingsmodule wird das Verständnis für die Software wirklich vertieft und die Akzeptanz bei den Mitarbeitern deutlich gesteigert. So können Sie sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter sich auch als Teil des Prozesses sieht und sich sicher fühlt im Umgang mit der neuen Suite. Das gilt auch in besonderem Maße für die Gruppe der Führungskräfte. Investieren Sie hier tatsächlich in Coaches, die Führungskräfte in der täglichen Nutzung der BPM-Software unterstützt und vor allem auf die entsprechenden speziellen Einsatzszenarien, wie die Prozesssteuerung oder das Nachverfolgen von Prozessoptimierungen auch entsprechend mit eingeht. Das sind andere Nutzenszenarien, als was jetzt zum Beispiel ein Modellierer hat. Bedenken Sie, dass es wirklich sehr oft der Fall ist, dass neben der BPM-Software, die jetzt neu eingeführt wird, für die Führungskräfte also ein neuer Führungsstil implementiert werden soll. Prozessorientiertes Denken und Führen fällt nicht vom Himmel, sondern es muss wirklich lange und umfassend trainiert werden, weil es hier um eine Änderung der Verhaltensmuster geht. Die Führungskraft muss jetzt anders führen, als wie sie es vielleicht noch vorher gemacht hat. Und das dauert einfach wesentlich länger, als sich viele wirklich vorstellen können. Und darüber hinaus auch die Einführung von Pilotphasen mit ausgewählten Benutzergruppen wirklich ein äußerst hilfreicher Schritt. Machen Sie nicht den riesigen Big Bang in der ganzen Firma und jetzt haben wir es und so weiter, sondern fangen Sie wirklich in abgegrenzten Bereichen vielleicht damit an, um auch daraus zu lernen und um auch die Einwände, die kommen werden, von den Nutzern auch zu hören, ernst zu nehmen und auch abzustellen. Denn diese Phasen ermöglichen es wirklich, wichtigen Stakeholdern das neue System in einem kontrollierten Rahmen auch wirklich zu testen. Damit erhält man eben auch Feedback, sondern man kann auch gezielt auf eventuelle Schwächen und Unsicherheiten eingehen. Und man kann sogar beim Trainingsprogramm nochmal nachschärfen. Und dieses Vorgehen verschafft halt einfach Vertrauen in das neue System und erhöht auch die Bereitschaft zur Akzeptanz. Wenn Benutzer wirklich sehen, dass ihre Rückmeldungen ernst genommen werden und gegebenenfalls auch Verbesserungen wirklich vorgenommen werden, stärkt dann auch das Gefühl der Mitverantwortung und letztendlich auch dann die Identifikation mit der neuen Software. Indem Unternehmen auf diese Weise sowohl Schulungen implementieren, als auch Pilotphasen einrichten, stellen sie sicher, dass ihre Mitarbeiter bestens vorbereitet sind. Und das minimiert einfach Fehlerquoten, das Fehlerquellen stellt es ab, es maximiert gleichzeitig die Produktivität, also ein Gewinn für die Mitarbeiter, wie auch für das gesamte Unternehmen das sind, auch wirklich die Euros, die sie spendieren für extra Coaches und extra Trainingsprogramme, gut investiertes Geld. Glauben Sie mir das. Fünfter Hauptpunkt, den ich auf jeden Fall ansprechen möchte, ist das Thema unzureichende Ressourcen. In vielen Fällen sind unzureichende Einschätzungen der benötigten Ressourcen der entscheidende Faktor, der den Erfolg einer BPM-Suite-Projekte wirklich gefährdet. Und diese Fehleinschätzungen betreffen eben nicht nur die finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen müssen, sondern ziehen vor allem auch die personellen Ressourcen in Betracht, die entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung sind. Dabei geht es nach meiner Erfahrung weniger um die fehlenden Kompetenzen der Mitarbeiter, sondern schlichtweg um die schiere Verfügbarkeit im Sinne von Arbeitszeit. Wenn jeder vom Tagesgeschäft aufgefressen wird, hat keiner an Kopf für ihre BPM-Suite einzuführen. Eine ungenügende Planung oder das Versäumnis, den tatsächlichen Bedarf an Expertise und Arbeitskraft realistisch zu ermitteln, kann leicht zu erheblichen Engpässen führen und letztlich die gesamte Projektorganisation ins Wanken bringen. Um diese Herausforderung wirklich auch aktiv meistern zu können, sollten Sie also vielleicht mal probieren, dass Sie die Ressourcenplanung im Vorfeld wirklich realistisch aufstellen und sich möglicherweise auch entsprechende Hilfe mitholen. Eine sorgfältige und detaillierte Ressourcenplanung ist nämlich wirklich unerlässlich, um sicherzustellen, dass während des gesamten Projektverlaufs ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Das bedeutet eben nicht nur die initiale Erfassung der finanziellen und personellen Anforderungen, sondern eben auch eine fortlaufende Überwachung und Anpassung der Planung an sich geändernde Gegebenheiten. Es passiert immer irgendwas, es kommt immer irgendwas dazwischen, was irgendwie das eigentliche Vorhaben meint zu torpedieren. Darauf müssen Sie reagieren. Eine transparente Sicht auf die Verteilung der Ressourcen ermöglicht es halt auch den Entscheidungsträgern, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und notwendige Anpassungen vorzunehmen, um eben diese Engpässe zu vermeiden. Und in Situationen, in denen interne Ressourcen nicht ausreichen oder spezielle Expertise benötigt wird, kann das hinzuzügen von externen Beratern oder Spezialisten eine wirklich wertvolle Lösung mit sein. Scheuen Sie sich nicht, auch mal nach Hilfe zu rufen. Das ist völlig okay. Diese Fachkräfte, die Externen, bringen nicht nur frische Perspektiven mit rein, sondern sie verfügen auch wirklich über umfangreiche Erfahrungen in der Überbrückung von Engpässen. Sie können sowohl in beratender Funktion sein, als auch aktiv in der Umsetzung von Projekten unterstützen, wodurch also das interne Team auch mit entlastet wird und zugleich Zugang zu spezifischem Know-how geschaffen wird. Insgesamt ist es aus meiner Sicht von entscheidender Bedeutung, und das ist der zentrale Punkt, dass das Unternehmen proaktiv mit der Ressourcenplanung umgeht und dass sie bereit sind, auch entsprechende Unterstützung zu nutzen. Sechstes Kernproblem, was ich immer wieder kennengelernt habe. Fehlerhafte Datenmigration und Integrationsprobleme. Die Migration von Altdaten, also den Prozessbestand aus einem Altsystem in eine neue BPM-Suite zu überführen, hat sich bisher immer als äußerst komplex erwiesen. Jedes Mal. Natürlich werben alle Hersteller von den Suiten und den Tools mit Importfunktionen, ganz klar. Aber mal ganz ehrlich, ich kenne kein Projekt, und das waren jetzt wirklich viele, ich kenne kein Projekt, bei dem der Import ohne mehr oder weniger aufwendige händische Nacharbeiten vonstatten ging. Sobald irgendein Objekt oder irgendeine Karte oder irgendein Attribut nicht exakt in der Definition der BPMN2 liegt, gibt es in meinen Augen immer Probleme. Und die BPMN2 beschreibt leider eben keine Objekte auf der Ebene der Prozesslandkarten und auch keine ergänzenden Informationen wie IT-Architektur, Rollen und Compliance-Objekte wie Risiken oder Kontrollen. Das sind alles Zusatzinformationen, die in der BPMN2 einfach nicht ordentlich beschrieben sind. Also gehen Sie mal ganz konkret von mittleren bis größeren Schwierigkeiten bei der Übernahme des Altbestandes aus Ihren BPM-Altsystemen aus. Das ist unschön, aber das ist leider die Wahrheit. Das zweite Thema ist die Integration in die bestehende IT-Landschaft. Ob die Prozessmodelle im Intranet eingebunden werden sollen, ob Kennzahlen aus Datenbanken gezogen und im BPM-Tool in einem Dashboard angezeigt werden sollen oder ob es Kollaborationsmöglichkeiten in der BPM-Suite geben sollen oder möglicherweise in Microsoft Teams oder einem anderen Werkzeug, diese Integrationsthemen sollten Sie frühzeitig adressieren und vor allem auch lösen, die sich später negativ auf den gesamten Geschäftsablauf auswirken können. Keiner will mal seine Chatnachrichten in der BPM-Suite aufrufen und gleichzeitig Chatnachrichten in Microsoft Teams beantworten müssen. Das ist völlig klar. Das muss ein zentraler Ort sein. Um diese Schwierigkeiten wirkungsvoll zu adressieren und die negativen Auswirkungen von fehlerhafter Datenmigration zu vermeiden, sind auch da wieder gezielte Lösungsvorschläge wirklich erforderlich. Erster Punkt, den ich Ihnen näher legen möchte, sind schrittweise Migrationsvorhaben. Also ein bewährter Ansatz wirklich ist die schrittweise Datenmigration. Indem die Migration in überschaubare Teilabschnitte untergliedert wird, können Sie potenzielle Fehler frühzeitig identifizieren und vor allem auch korrigieren. Und das ermöglicht auch dann allen verantwortlichen Anpassungen vorzunehmen und sicherzustellen, dass jede Charge von Daten wirklich reibungslos übertragen wird, bevor der nächste Schritt eingeleitet wird. Sie können ja vielleicht Filter setzen und entsprechende Pools fassen, was Sie eben nach Päckchenweise eben migrieren. So verringert sich eben auch das Risiko von größeren Problemen, die durch unkoordiniertes Vorgehen entstehen können. Und außerdem fördert dieser Ansatz auch eine gründliche Überprüfung und Validierung der migrierten Daten, was zu einer insgesamt höheren Datenqualität führt. Aber ganz ehrlich, ich habe mehr BPMM-Software-Projekte erlebt, bei denen die Prozessmodelle händisch neu aufgebaut worden sind, als dass sie aus einem Altsystem migriert worden sind. Es hat sich manchmal auch eine Hybridlösung wirklich angeboten und das hat auch besser funktioniert als eine schrittweise Migration. Eine Hybridfunktion war letztendlich auch eine schrittweise Migration, weil die Prozesslandkarten wurden händisch neu aufgebaut. Das sind eben alles die Objekte, die in der BPMN 2 nicht sauber beschrieben sind. Und nur die Altprozessdarstellungen in der BPMN 2 Diagrammen, die sind dann migriert worden. Und das war eigentlich so eine Möglichkeit, wie man damit ganz gut umgehen kann. Ein weiterer wichtiger Teil des Migrationsprozesses sind natürlich die umfassenden Integrationstests. Bevor alle Systeme endgültig zusammengeführt werden, müssen Sie sicherstellen, dass die integrierten Systeme auch reibungslos zusammenarbeiten können. Und das umfasst sowohl funktionale als auch nicht funktionale Tests, um sicherzustellen, dass alle Systeme optimal zusammenspielen. Umfangreiche Tests helfen dabei, Unstimmigkeiten aufzudecken und gewährleisten somit auch eine harmonische Interaktion aller Systeme. Das ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn Sie Datenbanken mit Prozesskennzahlen anbinden wollen oder wenn die Modelle in einer Intranet-Lösung darstellen wollen. Also Inhalte aus der BPMN-Suite zum Beispiel in SharePoint darstellen oder Sie wollen eine Data Warehouse-Datenbank anzapfen, um die Kennzahlen in Ihrer Suite darzustellen. Egal in welche Richtung. Durch die Anbindung an ein Projektmanagement-Tool zum Beispiel zur Durchführung und zur Nachverfolgung von Prozessoptimierungsprojekten kann wirklich auch sinnvoll sein. Insbesondere, wenn es ein großes Unternehmen ist, bei dem mehrere hunderte Verbesserungsprojekte gleichzeitig ablaufen. Das kann wirklich sehr schnell, sehr unübersichtlich werden. Wenn Sie das Thema Prozessoptimierung ernst nehmen, binden Sie da am besten Ihre hausinterne Projektmanagement-Software mit an. Durch die Implementierung dieser Strategien, also schrittweise Migration und gründliche Integrationstests können Unternehmen eben diese Fehler nicht nur vermeiden, sondern eben auch die Effizienz ihrer Systeme insgesamt zum Zusammenarbeiten erheblich steigern. Siebter Punkt, den ich drin habe und das ist auch einer, vor dem ich wirklich dringend war, ist übermäßige Komplexität. Eine moderne Business Process Management Suite kann die Nutzer durch die enorme Fülle an Funktionen anfangs völlig überfordern. Die daraus resultierten Verwirrungen erhöhen nicht nur die Fehlanfälligkeit, sondern können eben auch dazu führen, dass wertvolle Zeit verloren geht und aufwendige Schulungen notwendig werden. Die Nutzer könnten frustriert aufgeben und im schlimmsten Fall natürlich auch falsche Entscheidungen treffen, die den gesamten Prozess danach dann beeinflussen. Um diese Herausforderungen entgegenzuwirken, ist von entscheidender Bedeutung, dass die BPMN-Suiten so zu gestalten, dass sie intuitiv und benutzerfreundlich ist. Das ist klar. Sie müssen von der Oberfläche schon halbwegs passen. Das können auch die ganzen modernen Suiten. Aber ein anderes wesentliches Thema ist das Thema Modularität. Schalten Sie nicht auf einen Schlag alles frei für jeden, was diese Suite kann. Es ist echt too much. Einfach viel zu viel. Durch eine modulare Gestaltung der BPM-Suite können Unternehmen auch nur tatsächlich die benötigten Komponenten implementieren und auch aktiv nutzen. Modularität kann sich zum Beispiel in der Art der Modelle, wie auch in der Art der Funktionen niederschlagen. Modelltypen zum Beispiel sind Prozesslandkarten und BPMN-Diagramme, Organigramme, Risikokataloge oder die IT-Systemlandschaft. Da können Sie eben sagen, wir starten erst mal nur mit Prozesslandkarten. Und wenn wir das soweit im Griff haben, dann nähern wir uns an das nächste Thema ran, zum Beispiel die BPMN-Diagramme. Funktionen sind dann zum Beispiel Modellieren, Analysieren, Steuern, Berichtswesen oder Freigabefunktionen. Wenn Sie auch hier erst mal beginnen mit dem reinen Modellieren, bevor Sie eben sich Gedanken darüber machen, wie analysiere ich das Ganze jetzt irgendwo halt. Also eins Stück für Stück, das ist da eine echte Empfehlung an dem Thema. Das bedeutet auch, dass der Benutzer nicht nur mit einer Vielzahl ungänzter Funktionen konfrontiert werden, sondern sich gezielt auf die Aspekte konzentrieren können, die für ihre spezifischen Aufgaben auch wirklich relevant sind. Und die zielgerichtete Auswahl der Module ermöglicht auch eine klare und effizientere Nutzung der Software und trägt dazu bei, dass Prozesse schneller, effektiver gestaltet werden können. Dann drüber hinaus sind also regelmäßige Usability-Tests auch ein wesentlicher Bestandteil der Nutzungsstrategie. Indem Sie kontinuierlich Rückmeldungen von tatsächlichen Nutzern einholen, lasst Sie auch wirklich sicherstellen, dass die Benutzerfreundlichkeit immer gewährleistet ist oder an welchen Stellen Sie vielleicht auch noch nachschärfen können. Da ist auch ein enger Draht zu den Entwicklern von diesen Softwarepaketen eigentlich immer eine gute Sache. Die sind auch immer sehr offen, wenn sich herausgestellt hat, irgendwas ist einfach unpraktisch. Solche Tests helfen dann dabei, potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, bevor diese Probleme in der täglichen Anwendung zu ernsthaften Schwierigkeiten führen. Durch das Sammeln von Erfahrungen aus der realen Nutzung kann die BPM-Suite laufend optimiert werden, was nicht nur zur Zufriedenheit der Nutzer erhöht, sondern eben auch die Effizienz der Unternehmensprozesse nachhaltig verbessert. Also insgesamt ist es entscheidend, dass Unternehmen den Aspekt der Komplexität bei der Auswahl und Implementation einer BPM-Suite wirklich ernst nehmen. Unterschätzen Sie das nicht. Eine durchdachte und benutzerfreundliche Lösung wird nicht nur dazu beitragen, dass die Fehler zu minimiert werden, sondern vor allem auch der Arbeitsalltag der Nutzer erheblich leichter wird. Die Einführung einer Prozessmanagement-Software erfordert wirklich sorgfältige Planung und Umsetzung. Und durch die Identifikation mit dem Management häufiger Fehler und Probleme kann das Projekt deutlich erfolgreicher zum Abschluss gebracht werden. Das haben wir jetzt wirklich mehrfach immer erlebt. Wenn Sie das im Vorfeld aktiv managen, geht es hinten nach viel, viel leichter. Und eine strukturierte Vorgehensweise, die Stakeholder-Engagement, detaillierte Planung, umfassende Schulung und kontinuierliche Verbesserung umfasst, ist da wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Das war jetzt ziemlich viel Input für ein solches Video, wo es eigentlich nur drin geht, wie mache ich das mit der BPMN-Tool, wenn ich ein neues haben will. Was konnten Sie jetzt für sich daraus mitnehmen? Waren da neue Erkenntnisse dabei? Schreiben Sie mir gerne Ihre Gedanken in die Kommentare. Ich freue mich da auf eine lebhafte Diskussion. Und wir sehen Sie im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.